Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein RP-Grading-Review und zwar habe ich folgende Karte erhalten. Eine 9899 Flair Ultra Michael Jordan, Kartennummer 85 in einer Near Mint 8,5. Schöne Karte, so sieht das Ganze aus. Checkt mal RP-Grading aus. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Karte. Und zwar ist es eine 95, 96 Flair Ultra Michael Jordan, Scoring Kings Hotpack. 4 Hotpacks, 4 von 12, Near Mint 7. Sehr schöne Karte, hier sieht man auch, ein bisschen versmutscht ist die ja eine Near Mint 7 geworden. So sieht das Ganze aus. Das habe ich gestern von RP-Grading zurückbekommen. Das sind die beiden Karten. Beide von RP-Grading. Einmal eine Near Mint, Mint 8,5. Und einmal eine Near Mint 7. Die 95, 96 Flair Ultra Michael Jordan, Scoring Kings Hotpacks, 4 von 12, eine Near Mint 7. Ist laut Beckett so ungefähr 30 Dollar wert. Ja, damit bin ich sehr zufrieden. Ich bin damit raus, sage danke. Bis zum nächsten Mal, bitte weiterhin kommentieren und abonnieren und lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao.